Was ist? Reibel, guten Morgen. Herr Felder, bitte legen Sie sich an. Sie müssen mitkommen aufs Revier. Was habe ich gemacht? Bitte legen Sie sich an. Mom, was ist los? Mom, was habe ich gemacht? Jetzt recht, Sie wissen, was hier vorgeht. Alles gut. Kennen Sie Herrn Sandra Cicaletti? Wir arbeiten zusammen. Wir sind Robert Felder, King of the Streets. Es war kein Rennen. Ich habe Sandra nur gezeigt, wie er ihn beschleunigt. Der Cicaletti ist jetzt nachgestorben. Er ist in einem gestohlenen Sportwagen verunglückt. ... ... ... ... ... Vielen Dank.